so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die blitz und donnerraketen von aba die hier in so einer süßen butterbrot tüten optik kommen wir machen die mal kurz auf ja unter dieser süßen tüte verstecken sich neuheiten von aba und zwar raketen salutraketen mini salutraketen ganz viel durchgemixt also wir haben hier vier verschiedene effekte wenn ich mich nicht täusche die hier noch mal alle beschrieben sind da haben wir hier goldfeder silberfeder phoenix flimmer und trope salut es geht hier nur um die aufstiegseffekte der raketen und die sind wirklich weltklasse zumindest kam das so in den videos rüber wir werden uns jetzt mal angucken die kleinen teile werden dann auch noch eine schöne massenzündung machen also richtig interessant auf die aufmerksam geworden bin ich beim röder vorschießen zumindest durch die videos dadurch gerade auch durch diesen neuartigen effekt der sogenannte strobe salut erinnert mich immer nur so ein bisschen ein ausländisches feuerwerk ist aber richtig krass umgesetzt worden wir gucken uns jetzt mal diese wunderschönen raketen an von aba let's go jetzt die blitz und donner wird mal sagen wir machen jetzt einfach haben hier effekte genauso wie es hier draufsteht so machen wir die also fangen an mit der phoenix flimmer dann die goldfeder dann ne dann machen wir die silberfeder und zu schluss strobe salut und dann gibt es noch mal eine action also let's go so dann gucken wir uns mal hier in der schönen flasche die phoenix flimmer an vom knall her schon mal schön gefällt mir sehr sehr schön immer noch und da haben wir die silberfeder gucken wir uns die mal an gleich kommt die strobe salut ich bin so gespannt bin ich sehr gespannt unscharf aber geil so ganz wichtig fünf mal silberfeder aber schön sind die ich war einfach mittendrin mittendrin anstatt nur dabei geil sind die jetzt wird es goldig noch mal mit goldfeder viermal ja aber für so eine kleine größe sind die schon laut eigentlich nur jetzt probieren wir mal ein dreier aber ich weiß nicht ob man das so sieht übrigens auf der kamera diesen flimmer effekt aber naja und jetzt die schönsten guckt sie euch an wie sie hier stehen stark also es sind schon sehr geile raketen leute auf natürlich dass das video etwas gut aussah im regen und storm und mata im 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 und